Da wir das ganze ja nochmal in der Wildwasserbucht machen müssen. Ich kann das ja gerade irgendwie auf drei Stunden verhängen oder nicht auf zwei, wie es ja vorher gewesen ist. Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich... Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Sie sind die Verbrauchgütern entdeckt. Das ist schon ganz wichtig. Sie sind die Verbrauchgütern entdeckt. Sie sind die Verbrauchgütern entdeckt. Entschuldigung. Das war's. Jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen voran. Das riecht im grünen Zahn betrifft. Was brauchen wir denn hier? Dieses Upgrade. Investitionen. Wovon wir Grantier, äh wovon wir nur sagen. Da ist er jetzt belastend. Dann bauen wir hier wieder ein paar Leute hin. Bieten dem die Möglichkeit sich hier hin zu lösen. Und bauen unser Farmgebiet mal wieder nochmal aus. Das müssen wir schnell auch wieder machen. Wir haben noch vier. Das sieht noch in Ordnung aus. Wobei Reis. Wir brauchen Reis. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hmm, das ist halt die Frage, wahrscheinlich weil die, die bionische Erweiterung und Mobilität, what the fuck, brauchen wir mehr Manager? Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen überlegt. Okay, gucken wir mal, ob wir bionische Erweiterungen überbekommen. Wir haben ein Plus von nix. Dann holen wir uns mal ein Plus an bionischen Erweiterungen. Wollen wir auch wieder herausfinden, wofür wir sie noch herbekommen haben. Was hier her? Ne, hier war das bei dem Futter. Hier. Da. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Hier. Eins. Und was sind das? Wieder vier, die weggehen. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das müssen wir mehr. Um. 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 Aha... Müll rollen wir das ganze mal. Ich habe ein Plus von 8. Ich brauche mehr davon, um mehr hiervon platzieren zu können. Das sind natürlich immense Unterhaltskosten. Ah, wir haben ein Plus. Das ist schon gut. Oh Gott, das ist Minus gestiegen. Sehr belastend. So 14. So, bestätigen. Transferroute registriert. So, wir haben Schufe 17. Die Aktien nicht steigen. Aber wir müssen hin. Wir haben beim nächsten Streaming gegeneinander. Wir geben eine Börse. Wir haben ein bisschen Petrochemikalien. Ah, guten Tag. Guten Tag, ja. Guten Tag, hallo. Ähm... Da kommen wir Upgrades. Alles gut, kein Schuss. Weiß ich nicht. Wie kann denn? So, mehr Mobilität. Jetzt haben wir einen Manager. ... Perf... Sie... ... Sierock. Sie rocken! Sie rocken! Sie hatten Zeit, diese Route auszuwerten. Wie gehen wir jetzt vor? Warten wir das mal und geben sie mal ein besseres Angebot als Feuer. Und das weiterläuft. Also, das ist eine nette Überraschung. Ich weiß es. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Wir haben hier 59. Wir brauchen Mobility, wir brauchen die U-Bahn. Der Wahnsinn, wie schön das Ganze auch steigt. Und neue Firma Schuf 18. Das geht jetzt dratz-fatz. Und gleich haben wir so die 20.000 Manager und können den U-Bahn noch bauen. Und dann können wir... Bauoptionen erweitert. Alter, what the f... Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. In aller Welt sollen wir den irgendwo hier platzieren. Holy shit. Ist ja riesig. Oh man. Ich frage, ob du da hin. Oh man, diese Farbe. Komplett umdisponieren Preis warm Und auch hier platzieren, jetzt haben wir noch bei minus 34 Plus nein, noch mal Plus nein, wieder ein Plus Vielleicht die Frage, ob das Ding überhaupt hinpasst allgemein Fremdlöse, ja Platz aber, passt Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung Ich habe mir hier ein gutes Leben aufgebaut Kundenanalysen zeigen, unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern Wir müssen zwei Obstplantagen Energiebedarf nicht länger deckbar Ah Ah, da sind wir noch oben Ich mag es hier wirklich, diese Atmosphäre der Zufriedenheit Ich mag es hier wirklich, diese Atmosphäre der Zufriedenheit Wir können doch bestimmt Einige sollten doch umsiedeln Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie als sie liefern Das verringert ihre Produktivität Ah, willkommen Möchten Sie über etwas reden? Ah, willkommen Ja, ich möchte mich umsiedeln Ja, ich möchte mich umsiedeln Was soll man an dieser Firma nicht Was soll man an dieser Firma Was, lass ich lieber aufwacht hier hin Hm Für Sie habe ich immer Zeit Dann halt ein paar kleine Möchten Sie hereinkommen? Eine offizielle Finanzspritze Eine offizielle Finanzspritze Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen Nein Nein, ist Religion Ich mag es hier wirklich Diese Atmosphäre der Zufriedenheit Ich war schon nicht zufrieden Die Bedürfnisse sind aber nicht erfüllt Hier, wir brauchen Wasser Und wir brauchen Ich habe mir das gedacht Vitamin-Rings